Alle neun Minuten stirbt in New York City eine Person am Coronavirus. Der Big Apple wurde zu einem der schlimmsten Hotspots der Pandemie. Über 32.000 Menschen haben sich hier infiziert. Es gibt rund 700 Todesopfer. Der Times Square ist mit Voranschreiten der Viruskrise jetzt noch leerer geworden. Polizisten und Sicherheitskräfte müssen trotzdem draußen sein. Allein beim New York Police Department gibt es über 600 Corona-Fälle. Gut 4.500 Beamte haben sich krank gemeldet. Von der Grand Central Station fahren nun kaum noch Züge ab. 67 Gleise gibt es hier. Der Zugverkehr ist fast komplett zum Erliegen gekommen. Auch auf der Park Avenue ist normalerweise viel los. Nun ist hier eine Fußgängerzone eingerichtet worden. Die Bewohner von Manhattan sollen Platz haben. sich die Beine vertreten können, ohne anderen Menschen zu nahe zu kommen. Direkt vor dem Mount Sinai Krankenhaus wird ein Feldlazarett aufgebaut. Offensichtlich ist das Krankenhaus bereits voll. Eine christliche Hilfsgruppe errichtet hier gerade im Central Park auf dieser Wiese ein Notlazarett für 68 Betten. Das Ganze soll ausgestattet werden wie eine Intensivstation. Und dieses Feldlazarett ist designiert für Coronavirus-Patienten. Bereits am Dienstag soll diese Anlage hier aufsperren. Hier sollen sofort die vielen Coronavirus-Patienten hier in New York eingeliefert werden, in dieses Feldlazarett. Am Battery Park, dann um 19 Uhr, gibt es jeden Abend das gleiche Ritual. Bewohner klatschen und trommeln auf der Straße und aus den Fenstern, um sich bei den Krankenhausmitarbeitern, Notärzten und Sanitätern zu bedanken. Für die großartige Arbeit, die die Mitarbeiter im Gesundheitswesen gerade leisten.